ahoi kapitäne und herzlich willkommen zurück bei mir im hafen heute mal mit keiner schiffs vorstellung sondern mit einer kapitäns vorstellung wir schauen uns heute mal den neuen amerikanischen zerstörer kapitän den albert klevis etwas genauer an lohnt der sich zu holen und für wen lohnt er sich zu holen ich habe das mal stellvertretend gemacht mit zwei schiffen habe da mal hin und her probiert also einmal mit der uss kit hier und einmal mit der uss sims und ich würde sagen wir gucken uns das mal an ich habe meine zerstörer vorher gefahren mit william holt sie also hatte diesen kapitän hier drauf und da gucken wir noch mal schnell auf die levelung auf die skillung habe da die torpedogeschwindigkeit geskillt habe die erkennbarkeitsreichweite zu wasser geskillt habe hier die ladezeit der torpedowürfer geskillt und hier die dauer der nebelwand also das war mein bisheriger zerstörer kapitän auf den amerikanischen dds und jetzt mit arbert klevis habt ihr ja die möglichkeit auch endlich mal ein bisschen die torpedoreichweite zu skillen ihr wisst ich bin eher ein fan der torpedoboote ich fahre nicht so gerne die ballerboden und die amerikanischen dds ja doch eher eine karakteristik als ballerboden und jetzt mit dem neuen kapitän kann man da ein bisschen was verändern ob man das will das liegt dann immer ja bei euch wie eure vorlieben sind vater lieber ballerboden vater lieber torpedo zerstörer das gucken wir uns jetzt an wie gesagt hier kann man jetzt die torpedoreichweite ein bisschen skillen ja wie habe ich ihn hier geskillt also ihr habt gesehen dass er ist auch bei mir auf rang 15 und auf legendär rang 2 also da schon mal die gleichen ausgangsbasis geschichten ansonsten inspiration habe ich genau gleich wie bei william holt sie hier habt ihr jetzt schon mal die erste änderung also als basisfähigkeit hat der arbert klevis aus der ferne was die torpedoreichweite schon mal verbessert ihr sitzt da auf rang 16 noch mal ein bisschen was plus 5,4 prozent also die werte die ich euch hier im video jetzt nenne bei der torpedoreichweite das ist sind noch nicht die endwerte da kommt noch was drauf dann habe ich wie folgt geskillt hier die torpedogeschwindigkeit hier die erkennbarkeitsreichweite zu wasser also prüfender blick und hier jetzt die erste änderung also hier bin ich noch mal auf torpedoreichweite gegangen ihr seht es da aber zu lasten der hauptgeschütze des zerstörers also da kommt es jetzt drauf an wollt ihr das bisschen von der reichweite weniger haben wollte er auf die torpedoreichweite gang ergehen das hängt dann so ein bisschen mit eurem spielstil zusammen und hier unten bin ich dann auf die dauer der nebelwand noch mal gegangen hier unten im legendären rang bin ich dann auf plus einladung motor boost gegangen also also ich will tempo dass soweit meines gelungen beim kapitän wir gucken uns bevor wir uns die werte des schiffes noch mal anschauen oder der beiden schiffe gucken wir uns natürlich die kapitäns biografie noch mal an finde ich schön dass sie das mit rein gemacht haben wir bei jedem kapitän also albert klebes gelebt hat er von 1858 bis 1937 war ab 1919 admiral der us navy als einer der mitbegründer der united states navy des zwanzigsten jahrhunderts graduierte klebes 1877 an der naval academy in annapolis und befehligte anschließend das erste torpedoboot der navy cushing während des spanisch-amerikanischen krieges zu beginn des jahrhunderts war klebes ein echter pionier der us torpedobewaffnung für die tests dieses waffentyps die einführung der entsprechenden steuergeräte und den beginn der torpedoproduktion in amerika verantwortlich kurz vor dem ersten weltkrieg befehligte klebes die schlachtschiffe north dakota und juta 1915 wurde er zum konteradmiral befördert nach der kriegserklärung der usa an deutschland im april 1917 übernahm er die verantwortung für die amerikanischen konvoi operationen im atlantik und befehligte sowohl die kreuzer als auch die transporttruppen er ging in die geschichte der nation ein als dem man who bottom across and brought them back unter seinem kommando wurde inmitten eines ungebremsten u-boot krieges zwei millionen amerikanische truppen ohne verluste nach frankreich transportiert nach dem ende der feindseligkeiten organisierte klebes deren schnelle rückkehr in die heimat aber klebes ging 1922 in den ruhestand zu diesem zeitpunkt schrieb er seine memorand und mehrere bücher zur marine geschichte etwas mehr als ein jahr nach seinem tod benannte die us navy einen typ zerstörer aus einer neuen klasse nach klebes ja ein bisschen das kapitäns profil die kapitäns biografie und ich würde sagen jetzt gehen wir mal auf die schiffe ein was sich da ändert wie gesagt ich habe es stellvertretend bei auf der kit und auf der sims getan und wir fangen mal mit der kit an also ihr habt doch schon mal einmal eine ladung motorboost mehr ja wo müsste abstriche machen wo kommt was dazu schauen wir mal bei der artillerie also ihr seht feuerreichweite ich nenne euch jetzt die werte die ich vorher hatte auf der kit mit william holt sie hatte ich eine feuerreichweite von 10,7 kilometer ihr seht da jetzt mit dem neuen kapitän von 9,9 kilometer ansonsten die ladezeit bleibt gleich bei den torpedos ändert sich auch was also die ladezeit der torpedowerfer auch da müsste ein paar abstriche machen die geht rauf vorher hatte ich auf der kit 114,7 sekunden jetzt 122 sekunden ladezeit die torpedoreichweite geht da aber rauf vorher hatte ich 6,4 kilometer jetzt sind wir bei 7,5 kilometer also das soweit die werte die sich bei der kit ändern jetzt ist es so dadurch dass die feuerreichweite so runter geht die kit doch eher eine ballerbude muss ich sagen also hier würde ich tatsächlich sagen auf der kit würde ich persönlich das ist jetzt meine persönliche meinung doch wieder auf william holt sie zurückgehen und dann gucken uns die werte noch mal an also ihr seht es da wieder die feuerreichweite 10,7 kilometer torpedos 6,4 das geht dann runter aber die kit dann doch eher eine ballerbude die ich auch als ballerbude gefahren habe also da würde ich dann tatsächlich auf meinem alten kapitän zurück wechseln jetzt gucken wir mal zu sims weil da sieht es vielleicht schon ein bisschen anders aus und da gucken uns jetzt auch mal die werte an also auch hier wieder einmal motorboost mehr jetzt gehen wir mal auf die artillerie da hatte ich vorher 10,8 kilometer mit william holt sie jetzt bei 10,1 das noch ein wert wo ich sage okay das ist noch vertretbar würde ich sagen bei den torpedos da habt ihr ja ihr kennt bei der sims zwei möglichkeiten gucken uns beide möglichkeiten gleich an also hier habe ich jetzt die etwas kürzeren torpedos drin da hatte ich vorher eine feuerreichweite der torpedos von 5,5 kilometern und da habe ich ja im video zur schiffsvorstellung der sims gesagt da ist mir der speckgürtel den ihr zum gegner habt einfach zu gering ich habe einen turnwert auf der sims von 5,2 kilometern wenn er dann nur torpedos mit der reichweite von 5,5 kilometern habt dann ist der speckgürtel einfach zum gegner zu gering deshalb habe ich die sims auch bisher mit denen etwas längeren oder größere reichweiten torpedos gefahren jetzt hier sieht schon wieder anders aus also ihr seht ich habe jetzt eine feuerreichweite der torpedos von 6,4 kilometern was den speckgürtel zum gegner schon mal vergrößert und torpedogeschwindigkeit bleibt natürlich gleich 69 knoten auch hier geht die ladezeit etwas rauf 87 sekunden jetzt die ladezeit der torpedos aber das ist denke ich mal auch noch vertretbar was wichtig ist ist wie gesagt die torpedoreichweite 6,4 kilometer und wie gesagt das ist ja noch nicht das ende der fahnenstange da kommt noch ein bisschen was drauf wenn man den kapitän dann ausgelevelt hat also hier da schon mal die erste änderung wo ich sagen würde okay hier auf der sims lohnt sich der kapitän vielleicht dann doch mehr jetzt bauen wir auch noch mal die anderen torpedos ein dass er das auch noch mal seht wie gesagt ihr habt ja auf der sims die möglichkeit auch die anderen torpedos zu nutzen die bauen wir jetzt mal ein und dann gucken wir mal auf die werte wie gesagt da habt ihr jetzt eine ladezeit von 72 sekunden höchstschaden das bleibt alles gleich aber hier sieht das bei der torpedoreichweite 10,7 kilometer vorher hatte ich 9,2 kilometer hier sind wir jetzt bei 10,7 kilometern aber das sind natürlich die langsamen torpedos also torpedogeschwindigkeit nur 53 knoten das ist schon extrem langsam also da könnte auch fast nebenher laufen ich habe sie bisher drin gehabt weil ich halt kein kapitän hatte der die anderen torpedos das gilt jetzt ist es tatsächlich so mit dem neuen kapitän würde ich sogar sagen jetzt lohnt es sich eher da die etwas schnelleren torpedos einzubauen also gucken uns jetzt noch mal an mit dem neuen kapitän jetzt mit dem arbert klibes torpedoreichweite 6,4 wie gesagt der speckgürtel zum gegner etwas größer und die torpedogeschwindigkeit da natürlich deutlich besser 69 knoten das war vorher beim william holsey auch so aber hier geht es wirklich um die torpedoreichweite die ihr mit dem neuen kapitän kapitän da etwas verbessern könnt kommt natürlich jetzt auch immer auf eure spielweise drauf an fahrt ihr gerne ballerboden oder fahrt ihr lieber torpedoboote wie gesagt abstriche müsst ihr in der feuerreichweite der hauptbatterie machen mit dem neuen kapitän die geht darunter und natürlich auch die ladezeit der torpedowerfer kommt wie gesagt darauf an wie ihr euren kapitän gilt ihr könntet natürlich hier auch noch mal die ladezeit skillen aber das konntet ihr vorher mit dem anderen kapitän auch also hier ist es wirklich die torpedoreichweite die man mit arbert klibes noch mal verbessern kann wie gesagt das kommt jetzt auf eure spielweise drauf an also hier auf der kit würde ich sagen ich würde hier auf der kit tatsächlich meinen alten kapitän behalten würde die kit weiter fahren mit william holsey wie gesagt hier auf der sims sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus weil jetzt würde ich sagen kann man auch die kurzen torpedos benutzen die nicht zu viel reichweite haben da wir ja jetzt von 5,5 auf aktuell bei mir 6,4 kilometer kommen was das ganze schon ein bisschen angenehmer macht ihr braucht dann nicht ganz so nah an die gegner an ist natürlich auch noch nicht die welt aber es verbessert die situation da schon mal etwas mehr wie gesagt kommt auf eure spielweise drauf an also ich werde meine kit definitiv mit meinem alten kapitän weiterfahren und hier auf der sims werde ich arbert klibes jetzt mal ausprobieren wert auch jetzt erstmals die kurzen torpedos verwenden die jetzt eine reichweite von 6,4 kilometer haben wie gesagt auch dieser wert noch nicht das ende der fahnenstange da kommt noch ein bisschen was dazu wenn der kapitän dann voll ausgelevelt ist ja das meine kapitäns vorstellung ihr habt gesehen was sich ändert wo man abstriche machen muss also wie gesagt in der feuerreichweite der hauptbatterien muss man abstriche machen und in der ladezeit der torpedowerfer wenn ihr auf reichweite es gilt der torpedos das sind so die abstriche die ihr machen könnt müsst dafür geht aber die reichweite der torpedos rauf kommt darauf an wie ihr die amerikanischen dds fahrt fahrt das als baller boden oder wollte er jetzt endlich mal die reichweite ein bisschen unterstützen das könnt ihr jetzt machen mit dem neuen kapitän wie gesagt hier auf der sims werde ich mal ausprobieren probiert euch da selber mal ein bisschen aus auf den ein oder anderen zerstörer lohnt sich dann vielleicht doch der neue kapitän auf der kit werde ich definitiv so belassen mit dem alten kapitän ja das soweit meine kapitäns vorstellung zu arbert kleves wenn es euch gefallen hat haut ein like rein ihr wisst jetzt was sich ändert bei den werten was man skillen kann und ja das soll es an der stelle gewesen sein dann wünsche ich euch immer eine handbreit wasser unterm kiel und wir hören uns im nächsten video bis dahin euer play guru haut rein tschüssi bis dahin Winter bis dahin bis dahin